Hallöchen Freunde und herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und ja, heute wird es sich mal wieder ein bisschen um Fortnite drehen auf der PS4. Ähm ja, ihr seht, wir sind hier gerade auf meinem Account. Und ja, heute werde ich euch mal zeigen, wie ihr das Neo Versa Bundle von Fortnite einlösen könnt. Da ist ja ein Skin enthalten, ein Backpack und 2000 V-Bucks. Und ja, das werden wir jetzt mal einlösen. Dafür müsst ihr nicht in Fortnite reingehen, sondern ihr müsst zuerst mal auf den PlayStation Store. Und ja, bevor ich es vergesse, ihr habt ja, wenn ihr das Neo Versa Pack habt, habt ihr ja einen 12-stelligen Code. Den braucht ihr dann nachher, legt euch den auf jeden Fall schon mal bereit. Also ja, wie gesagt, ihr müsst dafür nicht in Fortnite rein, ihr müsst auf den Store, PlayStation Store. So. Und dann gibt es ja hier ganz viele Sachen. Hier seht ihr ja, was hier gerade runterläuft. So, und da habt ihr schon gesehen, hier unten ist Codes einlösen. So, wir waren ja jetzt vorhin hier unten, da müsst ihr einfach nach unten gehen. Zack, und da ist dann das zweite von unten ist Codes einlösen. Da müsst ihr dann einmal drauf gehen. So, und ja, da gib deinen 12-stelligen Codes oder die Nummer deiner PlayStation Prepared Card ein. Wir wollen ja jetzt den Gutscheincode machen. Und ja, das machen wir jetzt mal. Dann fangen wir mal an. Und ja, ich werde den jetzt eingeben und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt den Gutscheincode eingetragen. Und ja, dann, ihr seid ja, wenn ihr hier drauf wart, dann einmal mit R2. Dann kommt ihr da raus und dann müsst ihr auf Fortfahren drücken und dann müsst ihr die, ähm, dann müssen, müssen wir gleich jetzt hier irgendwo auf den Bildschirm kommen, dann Anweisungen, die müssen wir dann befolgen. Also, einmal danach fortfahren. So, und jetzt geht's los. Fortnite Battle Royale Neoverse. Die Promotionscode wurde für einen Artikel akzeptiert. Die Verwendung dieses Objekts unterliegt unseren Nutzungsbedingungen und jeglichen mit der Promotion verbundenen Bedingungen. Lesen Sie den Gesundheitswarnhinweis, bevor Sie diesen Inhalt verwenden. Ja, das könnt ihr euch dann durchlesen. Und dann müsst ihr hier auf Bestätigen drücken. So. Dann warten wir kurz. So. Ja, und dann drücken wir hier mal auf OK. Vielen Dank, da wurde eingelöst. Okay. So. Ja. Dann habt ihr den eingelöst und dann müsst ihr zurück und dann müsst ihr Fortnite starten. So. Wenn's dann gleich soweit ist, sehen wir uns wieder. Es wird jetzt ein bisschen Daumen im Laden. Dann. So. Jetzt sind wir fast drin. Ja. Wir lassen das mal eben kurz zu Ende landen. Und dann müssten wir, ich weiß nicht, ob wir das direkt bekommen oder ob wir da irgendwo draufklicken müssen. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ja. Dann warten wir noch eben kurz. Kann jetzt noch ein paar Sekunden dauern. Und ja. Wenn wir dann gleich drin sind, ich weiß jetzt nicht genau, ob man das direkt bekommt, aber werden wir dann gleich hier sehen. Ich schätze mal nicht, dass wir es da drin bekommen, dass wir da erst irgendwo draufklicken müssen. Boah. Komm schon. Kann ich mal ein bisschen schneller laden. Ah. Jetzt. So. Okay. Dann gehen wir mal rein. So. Komm. Mach hin, Login-Vorgang. Ich will da jetzt rein. So. Und da sind wir auch schon. So. Dann können wir hier auswählen. Wir gehen natürlich in Battle Royale. Und da haben wir es auch schon. Epic Games Neo Versa. Elite Jäger zum Anheuern. Teil des Neo Jäger Sets. Ein epischer Skin. Ist auf jeden Fall nice. Und dann drücken wir nächste. Ein Neo X Tasse Rücken Accessoire. Gleite durch die Firewall Teil des Neo Jäger Sets. Und zum Schluss 2000 V-Bucks. Nice Sache. Und ja. Dann einfordern. Und dann sind wir hier auf unserem Account. Ja. Und ja. Und das war es dann eigentlich. Wir können jetzt mal eben. Äh. Wir gehen mal eben in unseren Spind. So. Ja. Und da sehen wir es auch schon. Hier einmal. die Skins. Hier. Der Neo Versa Skin. Den wählen wir mal aus. Da haben wir ihn. Dann gehen wir jetzt nochmal zu den Backpacks. Hier haben wir den auch. Wählen wir mal aus. Ja. Nice. Okay. Ja. Egal. Ähm. Ja. Das sind dann so. Alle Sachen die wir haben. Ja. Ähm. Dann gehen wir mal wieder zurück. Was im Spind raus. Genau. Ein paar Sachen sind hier. Naja. Ähm. Battle Pass. Nee. Nee. Okay. Ja. Ähm. Ja. Das ist jetzt hier der Skin. Und. Ja. Ich denke mal. Oder ich hoffe. Euch hat es gefallen. Wenn ja. Lasst ein Like und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann. Ja. Sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Beim nächsten Mal. Und ich würde sagen. Ciao.